Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssey-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenstart. Ja, es ist ja Herbst, das heißt, wir haben den Glutsommer nun alle hoffentlich erfolgreich hinter uns gebracht. Ich möchte beginnen mit einem lustigen Zitat. Das Gerücht hält sich hartnäckig, aber ich muss das jetzt mal hier öffentlich dementieren. Die AfD bezahlt Frau Faeser nicht für ihren aktiven Wahlkampf für uns. Da fließt kein Cent, ich schwör. Ja, wer hat es gesagt? Beatrix von Storch war es. Ja, und die macht sich ja jetzt auch lustig über das eher suboptimale Auftreten der Innenministerin. Wir hatten das Thema ja erst am Freitag. Die scheint ja momentan wirklich alles dafür zu tun, der AfD, die ja ohnehin ein Umfrage-Rekord nach dem anderen einholt, weiterhin Wähler in die Arme zu treiben. Ja, so auch gestern wieder, und zwar bei Anne Will. Da hat sie nämlich der Forderung Markus Söders, eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen einzuführen, eine Absage erteilt. Ich zitiere kurz aus der Tagesschau. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Vorschlag einer jährlichen Obergrenze für Geflüchtete von CSU-Chef Markus Söder abgelehnt. Das internationale Recht spreche dagegen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Sie verwies unter anderem auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Mit Obergrenzen mache man Menschen nur vor, etwas werde besser, sagte die Ministerin. Das Einzige, was wirklich helfen wird, ist eine europäische Lösung, so Faeser. Da müsse seitens der EU mehr kommen an Verteilung. Die Kommunen seien an der Belastungsgrenze. Ja, andere Länder wollen aber einfach nicht mitspielen, insbesondere die Länder östlich von hier. Die haben gar keine Lust auf Verteilung von Flüchtlingen. Die stellen sich einfach quer und halten ihre Grenzen geschlossen. Ja, also mit anderen Worten, Nancy Faeser betont ja auch nochmal, dass ihr das Grundgesetz, in dem ja eigentlich geregelt ist, wer hier Anrecht auf Asyl hat und wer nicht, und das sind ja tatsächlich nicht besonders viele, scheinbar keinerlei Bedeutung mehr für sie hat. Ja, und damit wäre sie eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Aber da sie ja die Leiterin des Innenministeriums ist und der Verfassungsschutz dem Innenministerium nachgeordnet ist, wird das wohl nichts mit einer gegebenenfalls Beobachtung dieser Person, ja, wie dem auch sei. Was sagt eigentlich Friedrich Merz dazu? Sie haben es ja bestimmt mitgekriegt, der hat sich ja erst am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Richtung Kanzler Scholz geäußert. Ich möchte zitieren. Ich biete Ihnen an, lassen Sie uns das zusammen machen und wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus. Dann machen wir es mit Ihnen. Aber wir müssen dieses Problem lösen, also das Migrationsproblem. Davon redet er. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich finde das jetzt hier von Friedrich Merz an dieser Stelle wirklich fair und eigentlich auch ziemlich anständig, dass er die Katze jetzt endlich aus dem Sack gelassen hat und wirklich uns allen klar macht, dass es mit ihm, mit Merz, sollte man ihn und die CDU wählen, die ganz große Koalition geben wird. Ja, also da lässt er jetzt ja gar keinen Zweifel mehr dran. So und zwar, wie gesagt, die ganz große Koalition, denn eine reine große Koalition, also bestehend aus CDU und SPD, die ist rechnerisch auch nicht mehr möglich, heutzutage hier in Deutschland nach den jüngsten Umfrageergebnissen. Die käme nämlich nur auf 44 Prozent und hätte damit nicht die Mehrheit. So und bräuchte demnach zufolge eben auch einen Mehrheitsbeschaffer. Ja, und wer wäre das in dem Fall? Ja, es wären entweder die Grünen oder die FDP. Wie gesagt, das Thema hatten wir erst letzte Woche. Viel mehr ist da nicht zu machen. Also soweit sind wir mittlerweile angekommen, dass die einstigen Volksparteien nicht einmal mehr zusammen eine Mehrheit zustande bringen. Ich finde das hoch spektakulär und ja, ich weiß nicht, Sie haben es ja mitgekriegt. Ich glaube, genau deswegen sind auch etwaige Jubelbekundungen, Beifallsbekundungen und so weiter. Und ja, die scheinen hier doch eher deplatziert zu sein. Und zwar, Sie wissen ja, Nordhausen hat gewählt. Ich zitiere kurz aus der Welt. Deutschland, OB-Wahl in Nordhausen. AfD-Kandidat scheitert. Parteiloser Amtsinhaber setzt sich durch. Die AfD ist bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen gescheitert. Der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann setzte sich am Sonntag nach vorläufigem Ergebnis bei einer Stichwahl überraschend gegen den AfD-Kandidaten Jörg Prophet durch. Das teilte das Wahlamt der Stadt mit. Demnach erhielt Buchmann nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Auszählung 94,9 Prozent der Stimmen Prophet 45,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,3 Prozent. Sie haben es gesehen, ich habe es betont. Überraschend haben sie geschrieben. Also tatsächlich hat die Welt offenkundig auch damit gerechnet, dass der AfD-Kandidat diese Wahl vielleicht gewinnen könnte. Oder hat das sogar als wahrscheinlich angenommen. Da er ja doch ein ziemlich deutliches Ergebnis, ich glaube 42, irgendwas Prozent hatte er ja im ersten Wahlgang. Ja, und man ist überrascht, dass er es nicht geschafft hat. Also auch das macht schon mal deutlich, was sich hier mittlerweile in den letzten Monaten eigentlich alles geändert hat. Ja, und wie gesagt, ich halte es dann für überaus völlig deplatziert, ja, dass diese Versagerparteien, beziehungsweise die Mitglieder dieser Versagerparteien hier irgendeinen Grund zur Freude sehen. Denn das Witzige ist ja, derjenige, der die Wahl gewonnen hat, ist ja nicht mal einer von ihnen. Ja, und besser noch, ich zitiere kurz, auch Buchmann war vor der Wahl in der Kritik, Entschuldigung, auch Buchmann war vor der Wahl in die Kritik geraten. Gegen ihn läuft noch ein Disziplinarverfahren. Zwischenzeitlich war er unter anderem wegen Mobbingvorwürfen vom Dienst suspendiert worden. Ein Gericht hob die Suspendierung aber später auf. Ja, das müssen Sie sich mal vergegenwärtigen. Also Nordhausen ist ja nun kein kleines Kaff, ist ja kein Dorf. Das ist ja schon eine, ich glaube mit 40.000 Einwohnern definitionsgemäß, eine kleine Mittelstadt. Und in dieser kleinen Mittelstadt kriegen es die etablierten Parteien nicht einmal mehr hin, einen Kandidaten aufzustellen. Der ist dann in die Endrunde der Oberbürgermeisterwahl schafft, ja. Also das ist doch mindestens interessant. Also wer hätte vor, ich sage mal, einem halben Jahr oder vor einem Jahr gedacht, dass es mal so weit kommen würde. Und ja, auch was jetzt die AfD betrifft, die sind jetzt sicherlich diesbezüglich ein klein wenig traurig, dass er diese Wahl, also der Prophet diese Wahl nicht gewonnen hat. Aber dazu muss man wirklich mal sagen, also das ist mindestens ein Achtungserfolg, dass eben in einer 40.000 Einwohnerstadt der AfD-Kandidat dort 45 Prozent der Stimmen eingefahren hat. Und das ist ja, wie gesagt, nur der Beginn. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis ein anderes gewesen wäre, wenn sein Gegenkandidat, also Prophets Gegenkandidat, einer der etablierten Parteien gewesen wäre. Also beispielsweise einer der CDU oder einer der SPD, dann hätte es ja ganz eventuell anders ausgehen können. Und ja, dem ist ja nicht genug. Ein weiterer Achtungserfolg hat die AfD nämlich auch noch in Sachsen-Anhalt eingefahren. Während die AfD in Thüringen scheiterte, erhielt AfD-Kandidat Henning Dornack bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen im ersten Wahlgang die meisten Stimmen. Wie die Stadtverwaltung am Sonntagabend mitteilte, bekam Dornack 33,76 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Armin Schenk von der CDU erhielt demnach 29,14 Prozent. Beide Kandidaten müssen am 8. Oktober zur Stichwahl antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,74 Prozent. Ja, und auch da bleibt es spannend, denn die anderen Gegenkandidaten, die in der ersten Runde angetreten sind, waren auch nur Parteilose. So, und wie die sich jetzt, beziehungsweise die Wähler der Parteilosen, jetzt in zwei Wochen entscheiden werden, das steht wirklich noch in den Sternen. Also auch da hat die AfD selbstverständlich wieder die Möglichkeit, einen Oberbürgermeisterkandidaten ins Amt zu bringen. Also sie kriegen es ja mit, also es ist tatsächlich eine ganze Menge los. Und auch, ich sag's mal, hinter dieser uns präsentierten Mainstream-Realität, da tut sich doch eine, ja, tut sich doch gewaltig was. Also wir hatten das Thema ja auch immer mal wieder in den letzten Wochen. Sie werden sich vermutlich erinnern und langsam wird es nämlich scheinbar konkret, ich möchte hier mal zitieren, den Herrn Dr. Markus Kreil. Der hat nämlich bei X geschrieben. 45 Prozent Nichtwähler in Deutschland sind die Folge des Umstands, dass die Parteien die Mitte verlassen haben. Selbst in der CDU haben sich linksradikale Ideen breitgemacht, die nicht mehr zum demokratischen Spektrum zu zählen sind. Grüne und SED-Linke sind klar keine demokratischen Parteien. Ihre Ideen sind totalitär und faschistoid. Auch die AfD hat einen Rand, der eingehegt werden muss. Aber ihre Substanz und ihr Programm sind klar im demokratischen Spektrum. Wir müssen die Mitte füllen. Der Wähler verlangt es. Ja, das hat jetzt nicht ausnahmslos Begeisterungsstürme entfacht, muss man dazu sagen. Also insbesondere bei denen nicht, die sich vorgenommen haben, bei den nächsten Wahlen die AfD zu wählen. Ja, aber auch darauf ist Markus Kreil dann in der Folge eingegangen. Ich zitiere. Wenn die AfD vom linken Altparteienblock nötig sind, um Deutschland zu reformieren, stellen sich doch die einfachen Fragen. 1. Wollen wir lieber eine AfD mit 30%, die noch 6 bis 10 Jahre Opposition übt und zuschauen muss, wie das Land untergeht? Oder wollen wir eine 20 bis 25% AfD, die einen Koalitionspartner hat und gemeinsam in 2 Jahren die Wende schafft? 2. Wenn sich die CDU mit dem Fetisch Brandmauer zugrunde richtet, warum sollte man sie nicht mit einer neuen Partei ersetzen, die keinen antifaschistischen Schutzwall à la Honecker will? Ja, und das, meine Damen und Herren, das ist doch mal eine klare und eindeutige Botschaft in Richtung AfD. Man zeigt sich eben koalitionsoffen. Also das gibt ja hier zumindest deutlich zu verstehen. Und ja, da kann man auch mal drüber nachdenken, ob er diesbezüglich nicht vielleicht sogar Recht hat. Also ich denke, Markus Krall ist sicher oder wird sicherlich nicht antreten, um jetzt die AfD zu dezimieren. Das, glaube ich, ist nicht sein Ziel. Also sein Ziel scheint dann ja wirklich zu sein, eben in Richtung CDU und eben in Richtung FDP zu schielen und diesen Parteien eben nicht nur Mitglieder, sondern eben auch viele, viele, viele Wähler abzuringen. Und wenn das gelingt, dann steigt natürlich selbstverständlich auch wieder der, wenn man so will, relativ gesehen der Anteil der AfD-Wähler. So, und ja, wie gesagt, das ist halt ein Vorhaben. Und ich glaube, als AfDler sollte man diesbezüglich vielleicht auch ein klein wenig offener sein, wenn man sich denn schon auf dieses demokratische Spiel einlässt. Ja, das muss ja nicht jeder gut finden. Ja, die Frage ist halt nur, und das ist die wirklich spannende Frage, was oder, ja, oder anders gefragt oder anders gesagt. Also es ist ja jetzt so, dass wenn man hier in Deutschland eine Partei an den Staat bringen will, dass dies selbstverständlich einige, also dass dabei selbstverständlich einige Hürden zu überspringen sind. So, und das ist zumindest, also eine davon ist mindestens das Geld, das man mitbringen muss. Und wir reden da wirklich von Millionenbeträgen, die nötig sind, um eine Partei zu unterhalten, zumindest erfolgreich zu unterhalten und das möglichst auch auf Bundesebene. Also wir sprechen da wahrscheinlich eher von zwei als einstelligen Millionenbeträgen. Die müssen, wie gesagt, vorhanden sein. Also man braucht jede Menge davon. Also wie gesagt, man braucht ja, ich sag mal, ganz, ganz lapidar, man muss sich Parteibüros anmieten. Man braucht Werbematerialien, man braucht eine gewisse Infrastruktur. Man braucht höchstwahrscheinlich auch, ja, hauptamtliche Mitarbeiter, die sich um, ja, ich sag mal, diese Parteienterner kümmern. Das werden wohl nicht nur freiwillige Parteien, also beziehungsweise freiwillige Arbeiter leisten können. Ja, und da sind wir auch schon bei der Frage, also das ist beziehungsweise der zweite Punkt, die zweite Hürde, die zu nehmen ist. Und zwar geht es hier um die Hürde des Personals. So, und da, ich denke mal, es ist davon auszugehen, dass die Partei, also die, die Markus Kreil hier gründen will, dass er wahrscheinlich einer von denen ist, die dann dort in der ersten Reihe stehen werden. Und es ist wohl auch davon auszugehen, dass sein, ja, ich glaube, Buddy Hans-Georg Maaßen mit ihm da vorne stehen wird. Und das ist, ich sag mal, schon mal nicht schlecht. Also, Markus Kreil, der genießt ja insbesondere bei, ich sag mal, libertären Zeitgenossen hohes Ansehen und Hans-Georg Maaßen mehr so bei den liberal-konservativen. Aber ich vermute, das wird nicht genug sein. Also, wie gesagt, diese beiden Herren, die haben zwar schon ein relativ hohes Ansehen, aber damit wirklich, ich sag mal, diese Parteigründung oder diese erste Reihe wirklich von den Massenmedien wahrgenommen werden wird oder wahrgenommen werden muss, dann braucht es auch Leute, ich sag mal, die man da vielleicht jetzt noch gar nicht so sehr erwartet. Also, das wären idealerweise irgendwelche Promis, die vielleicht noch nie irgendwie irgendwas mit Politik am Hut hatten, die allen bekannt sind. Ich weiß nicht, ich muss jetzt vielleicht an Harald Schmidt denken. Sie erinnern sich an dieses eine Foto mit Harald Schmidt, Hans-Georg Maaßen und Matthias Matusek. Das hat ja hier und da auch mal die eine oder andere Welle geschlagen. Und ja, also, das wäre schon ideal, wenn daneben Hans-Georg Maaßen und Markus Kreil noch ein paar andere sehr, sehr bekannte Gesichter zu sehen sind, sodass sich eben auch die Massenmedien genötigt sehen, darüber dann ausführlich zu berichten, wenn diese Partei denn wirklich dann mal offiziell an den Start geht. Und damit ist es aber auch noch nicht getan. Also, es braucht ja neben der, ich sag mal, ersten Reihe, die uns dann präsentiert wird, auch noch eine zweite und eine dritte Reihe, die, ich sag mal, ganz lapidar dann eben diese einfache Parteiarbeit macht, die dann, wie gesagt, auf die Straße geht und Wahlkampfstände führt, mit den Leuten ins Gespräch kommt, die sich dann eben auch, wie gesagt, um die Organisation von mir aus auch ehrenamtlich kümmern und so. Das ist eine Menge Arbeit und dafür braucht man wirklich, ja, fähiges Personal. Naja, und da kann man mal gespannt sein, woher er das, beziehungsweise also woher Markus Kreil das rekrutieren wird. Und da, wie gesagt, Stichwort Werteunion, da hat ja Hans-Georg Maaßen hier und da schon mal so die eine oder andere Andeutung gemacht, dass es in diesem Land wohl einen Wandel braucht. Und wenn dieser Wandel nicht mit der CDU zu vollziehen ist, dann eben ohne die CDU. Und das hat er dann vor Mitgliedern der Werteunion gesagt. Und ich meine, die Werteunion hat wohl so eine Mitgliederanzahl von 5000. Und das wäre ja schon mal so ein, na, wäre schon mal ein ordentlicher Sockel, ja. Fraglich, ob denn dann auch wirklich alle Mitglieder der Werteunion diesen Weg dann mitgehen werden. Ja, und was vielleicht noch ungleich wichtiger ist, das sind dann, das wären dann vielleicht auch noch Parteiführsprecher. Und zwar Parteiführsprecher idealerweise aus den, ja, wie soll ich sagen, aus den Verbänden. Also beispielsweise aus dem Bundesverband der Deutschen Industrie oder aus der Baubranche oder aus der DEHOGA. Also all diese Leute, die eben auch eine Masse an Mitarbeitern beziehungsweise eine Masse an Arbeitern repräsentieren, also Arbeiter und Unternehmen repräsentieren. Wenn sich solche Leute, die wirklich mitten in der Wirtschaft stehen und da wirklich dezidiert Einblick reinhaben, was hier gerade schief läuft. Und es läuft ja jede Menge schief. Also wenn sich diese Leute dann für einen Markus Krall und für eine Partei aussprechen würden, dann wäre das sicherlich, ja, wie soll ich sagen, von Vorteil. Ja, wie gesagt, also Markus Krall scheint hier keine kleinen Brötchen backen zu wollen. Und ja, also es macht so ein bisschen den Eindruck, als hätte er da wirklich was in der Hand, mit dem er dann auch wirklich arbeiten kann. Und ich möchte hier nochmal zitieren. Da richtet er sich an die Freunde von der Achse des Guten. Liebe Freunde von achgut.com, eine vielschichtige Analyse habt ihr da geschrieben. Aber ich trete nicht an, um mich dann gerade mal so über die 5%-Hürde zu quälen. Hier geht es um den Regierungswechsel für Deutschland. Den totalen Rollback von dann 20 Jahren Ampelmurks und Merkel. Das Antibiotikum gegen die dumme, woke, gegenderte, klimahysterische, wohlstandsfeindliche, Bürger- und Leistungsträgerhassende Kopfkrankheit, die dieses Land beherrscht. Dafür drücken wir die FDP unter 5%, die CSU unter 5%, die CDU unter 15% und die Partei der Nichtwähler liefert den Rest. Wir wollen dieses Land reformieren, radikal. Wir wollen alle zum Teufel schicken, die es deformiert, den Rechtsstaat zerstört, unsere Innenstädte mit Kriminellen geflutet und die Wirtschaft ruiniert haben. Wir wollen die Leistungsträger befreien und die kriminellen Corona-Vergehen ahnden. Wir werden die Übergriffigkeit des Staates beenden. Wir werden das Zerstörungswerk von Murks und Merkel rückgängig machen, die Wirtschaft wiederbeleben, das Land wieder sicher machen, die Straßen von den Klebern befreien, die Sozialmigration nicht nur beenden, sondern rückgängig machen. Atlas wirft die Welt ab. Ja, ich sag's mal so, das klingt mindestens ambitioniert und überaus selbstbewusst und ja, auf die Frage eines X-Nutzers, was macht sie so sicher, die 5%-Hürde zu schaffen? Daraufhin antwortet Markus Krein. Wir werden sehen. Wir sind gut vorbereitet. Auf Überraschungen dürfen Sie alle gespannt sein. Ja, meine Damen und Herren. Also ich für meinen Teil bin gespannt, was da noch kommt. Und ja, final sendet er dann noch ein deutliches Zeichen eben Richtung CDU und FDP-Mitglieder. Guten Morgen, Deutschland. Es gibt in den Bundestagsfraktionen der CDU, CSU und FDP etwa 20 bis 30% Abgeordnete, die wissen, dass der sozialistische Kurs ihrer Parteien sie in den Untergang führt. Denen sage ich, sie haben in ein paar Wochen Zeit und Gelegenheit, sich zu entscheiden. Das sinkende Schiff zu verlassen. Bleiben Sie in dem Kadaver einer Partei, der Ihnen zurzeit noch Listenplatz und geistiges Gefängnis bietet, dann fangen Sie schon mal in der Privatwirtschaft nach einer sinnvollen Tätigkeit zu suchen. Wer das nicht glaubt, kann die Fallstudie Demokracia Cristina begutachten. Wählen Sie also weise. Also wie gesagt, ich bin diesbezüglich überüber ausgespannt. Also man muss ja sagen, mit so einer Parteigründung sind ja, wie gesagt, jede Menge Risiken verbunden. Ja, also so auch wahrscheinlich bei dieser neuen Partei, die Markus Kreider anstrebt. Und diese Risiken, die liegen meist darin, dass man eben auch Leute anzieht, ja, wie soll ich sagen, so Trittbrettfahrer, so Glücksritter, so Egomanen, die jetzt ihre große Gelegenheit gekommen sehen und, ja, die sich dann entsprechend versuchen, dort einzuschleichen und dort, ja, ich weiß es nicht, zu ihrem eigenen Vorteil irgendwie zu agieren. Und ich kenne das ja selber, ich war ja seinerzeit in der PDV vor Jahren mal und da reichen eigentlich schon wenige Personen, ähm, um den ganzen Laden, wenn sie so wollen, vollständig zu lähmen. Und ja, man kann ja nur sagen, toll, 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 auf dass diese Leute dieser Partei fernbleiben oder auf dass sie frühzeitig erkannt werden und entsprechend eingehegt werden. Ja, wie gesagt, ähm, also ich würde, ich würde anstelle der AfD beziehungsweise anstelle der AfD-Mitglieder mir diesbezüglich keine allzu großen Sorgen machen, also auch wenn es dann hier vielleicht das ein oder andere Prozent kostet, aber insgesamt gesehen wären durch, ich vermute es jedenfalls, also wenn denn wirklich alles zutreffen sollte, was man hier ahnen kann bei den Äußerungen von Markus Kreid, weil ich denke, dann wird es doch vornehmlich die etablierten Parteien an Zustimmung kosten und weniger die AfD. Und auch da sehen wir dann, es wird dann höchstwahrscheinlich zu einem, zu einer Verlagerung des, des, des Kräfteverhältnisses kommen und es wird dann wahrscheinlich, wie gesagt, ähm, der AfD einen Koalitionspartner zur Verfügung stehen und man wird sich eben nicht genötigt sehen, in, ich sag mal, zwei Jahren beispielsweise mit der CDU koalieren zu müssen. Ich denke, das wollen von den AfDlern sicherlich auch die aller, allerwenigsten. Insofern, ja, warten wir einfach mal ab, was da kommt, vor allen Dingen auch, was da im Parteiprogramm steht und wer uns dann da auch in der ersten Reihe dieser dann neuen Partei präsentiert wird. Ja, wollen wir es dabei für heute belassen. Meine Damen und Herren, die neueste Ausgabe von Eigentümlich Freistmaschinen. Und da geht es auch um, äh, ja, junge, jungen libertären Populismus. Äh, die Wende der Begeisterung in Argentinien, Polen und in den USA. Es stehen da sehr viele sehr libertäre Artikel drin, also über die Zustände außerhalb Deutschlands. Ich sag mal, hierzulande in den Mainstream-Medien kriegt man davon ja so gut wie nichts mit, ja. Aber, wie gesagt, in diesem Heft stehen da einige interessante Artikel zu drin. Und ja, wie gesagt, bestellen Sie gerne ein Einzelheft, ein Schnuppe-Abonnement, ein Jahresabonnement, ganz so wie Sie wollen. Wir würden uns sehr darüber freuen und ich würde mich, wie immer, sehr darüber freuen, wenn Sie mich auch weiterhin dabei unterstützen, der größte Schlagerstar dieses Universums zu werden. Also klicken Sie bitte auf dieses Video hier. Steuern sind drauf und klicken Sie auf dieses Video hier. Ich lieb CO2 und teilen Sie diese Videos mit aller Welt. Herzlichen Dank dafür vorab. Alles Gute bis Donnerstag, dann beim Dachtekenduett oder Freitag beim Wochenausklang auf den jeweiligen Kanälen. Und Tschüss.